Ich bin schon immer mit dem Fett, wenn man das nimmt. Ich bin schon immer mit dem Konzert. Das Prinz-Konzert ist ein super Konzert. Jetzt haben wir dankgenommen, dass wir angefangen haben. Die einzige Amateurwelt. Sie waren als Profi. Sie waren sehr geehrt gefühlt. Und dann hat er stummt. Wenn irgendein Ritter nicht stummt und Johnny hört, dann hat er einfach die Stimme. Da sind alle gehofft und sorgt. Das ist eben wichtig und wichtig an der Stimme. Das ist eben wichtig und wichtig an der Stimme. Das ist eben wichtig. Amen. 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 Amen.